Du hast vorher das Ziel erwähnt. Ich glaube, das ist wirklich der erste Schritt in einer guten Meetingkultur, wo man auch eben sich nicht zu gut sein darf, sozusagen Regeln einzufordern für, also jetzt haben wir schon gesagt, es gibt viel mehr außer Meetings und man sollte da drüber nachdenken, was für Möglichkeiten und Werkzeuge man zur Verfügung hat und umsetzen kann. Wenn man aber ins Meeting geht und der Meinung ist, okay, das braucht an dieser Stelle ein Meeting, dann würde ich dafür plädieren, dem ein paar Regeln zu geben und die aufzusetzen. Und der erste ist, du kannst nicht einfach ein Meeting einrufen, ohne dass dieses Ding ein Ziel vor Augen hat und eine Agenda dahinter liegt. Es ist einfach eine Frechheit von Leuten zu verlangen, in eine Besprechung hineinzugehen. Dort ist wieder klar, da singt ein kryptischer Titel im Outlook deiner Wahl und dann nichts. Und dann kommst du dort rein, alle sind unvorbereitet. Eine große Überraschung, woher hätte ich mich denn vorbereiten sollen, wenn ich nicht weiß, was dort ist?